hallo ich bin wieder zurück mit dem strawberry kapitel wir haben ihr bruna besattelt sie ist stark klar versuche dann bin ich geld auszutreiben ich habe nämlich wo sieht man welche baut man hat auf jeden fall habe ich eine 300 dollar bounty da muss ich auf jeden fall in diesem gebiet da muss ich das geld zusammen treiben wollte heute mal in den norden sind erkunden was hier so geht ich muss jetzt hier mal einen marken vielleicht hier direkt diese knoten punkt lake isabella ist hier ist auch noch eine interessante formation oder ist auch nett hier vielleicht gleich auch noch mal hin ich versuche dann jetzt mal so ein bisschen irgendwie auf die jagd zu gehen vielleicht einfach fälle abzustauen moment mal kurz ist das mein pferd wo sind meine sachen ist das mein pferd ja doch auf der karte wird es angezeigt wieso habe ich meine keine waffen mehr was kann da steht auf mein geld vielleicht kann ich das spenden und dann versuchen wir neues geld zu sammeln oder sollen wir das halten und dann habe ich noch nicht wahrscheinlich richtig ich habe mich jetzt komplett rausgebracht woher kriege ich feile feile kann bestimmt herstellen auch zu jagd brauchen wir feile ich finde ich feile ... ... ... ... ... ... Ah! Ja. Es ist jeweils aber nur einer. Okay. Brauchen wir Federn oder wie? Ja, wenn wir uns spontan machen können, dann geht das ja auch klar. Ja. 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 Vielleicht kann man auch noch so zwischendurch irgendwie so ein paar Nebenmissionen machen für ein bisschen Geld oder so. Mal hier zum... Zum Rauch. Ja. War das nicht das eine Camp, wo die, äh... wo die letztes Mal so gefightet haben? Hallo, Herr. Ah, gut zu sehen. We're moving along here slow as ever, as you can see. Kinda like rolling molasses up a steep sandy hill with these two. Hey, gut so. Weitermachen. Auf geht's. Jetzt... ...ein neues Kapitel beginnt. Ja, man muss aufpassen, sonst fliegt man ruck durch die Klippe runter. Ja, wir müssen da so rum. Oder wir sitzen erst über und gehen dann hoch. Da neben ihm die Bukka. Ok Okay, wir sind ja jetzt erst auf Wellenteilhöhe. Jetzt geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Jetzt geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Hey, das ist auch eine Schlucht. Ist gut. Tschö. Alles gut. Warum rastet sie so aus? Oops. Oh. Yep. Easy now. Oh. Oh. ja 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 ok man kommt nicht so einfach hier drüber da ist eine brücke ja die müssen wir dann fast schon nehmen kommt sonst nicht kippen hoch das heißt hier wieder rüber �� die pukkurt Okay, okay. Das ist eigentlich ganz cool. Hier ist alles extrem. Wie nenne ich das? Labyrinth mäßig aufgebaut. Mit ganz vielen Brü... Sollte die nicht hier gewesen sein? Ja. No. Gut. Ich dachte, die wäre noch eine Schlucht. Oh nein. Nein. Epona. Du kannst es schaffen. Das war ein kleines Missgeschick. Sorry. Das muss reichen. Okay. Let's go. Wenn man zu schnell reitet, dann kann man gar nicht so viel gucken. Oh, ein Zug. Not bad, girl. ja muss ich erst mal schauen wo ich bin da bin ich auch vom kurs abgekommen wir haben es zumindest schon mal irgendwie da über die den berg geschafft vielleicht sollte ich jetzt tatsächlich einfach den weg nutzen oder wir checken erst mal aus was hier so geht ja würde ich sagen ich lasse den punkt hier offen jetzt gut vielleicht können wir auch von da irgendwie dann hier rüber reiten mal schauen jetzt bei den gleisen sieht aus wie ein königs felsen ist gut krass sich zu geheimnisvoll aus wenn man kann wenn man die ganze tiere oder man kann wenn man irgendwo in einem bestimmten winkel dass sie durchguckt kann man wait ach so nur ein adler oder einem bestimmten winkel hier so durchguckt dann kann man irgendwie so keine ahnung einen bestimmten höhleneingang irgendwo da hinten sehen oder so sind eigentlich hier die roten punkte so dass marken habe ich gesetzt oder was er verwirrt sieht nämlich immer so aus als wären die die gegner immer noch marken immer noch marken oder oder Was ist das? Am I los? Nein, das ist runtergefallen. Nein. Okay, er sieht auf dem Vorsprung, kommen sie vor wieder. Was ist das? Let's take a talk. Okay. Hm. Ich muss zwischendurch auch echt öfter mal so Tiere abschießen. Einfach auch um eine Sharpshooter zu trainieren. Ein richtiger Tierfreund. Kann ich hier so übersetzen? Nur nicht vom Pferd steigen. Nehmen alles mit dem Pferd. Niemals. Wird vom Pferd gestiegen. Niemals. Bleib mal hier. Moin. Warum? Ja, ich will jetzt nicht irgendwie noch mehr Bounty bezahlen. Ich hätte mich jetzt normalerweise umgebracht. Meine erste Reaktion war so, okay, ich schieße den Kopf. Aber, äh, ja. Okay. Das wäre eben wie so eine Sidequest oder so. Ich dachte, das wäre eine Mission. Ja. Einmal nochmal kurze Orientierung gucken, wo wir jetzt grad sind. Ehi, wir sind auch schon wieder viel zu weit. Zumindest viel zu weit für meinen Ursprung. Ausführungsplan. Oder wir müssen nicht hier irgendwie versuchen, die Zugstrecke zu nutzen. Oder wir checken noch kurz Bacchus Bridge und Bacchus Station aus. Ob da vielleicht irgendwie ein Warpunkt ist oder irgendwie sowas. Ja. Fort Wallis. Das haben wir auch rot umkreist. Ehrlich. Ja, ich check, äh, das macht kurz aus und reiche doch noch ein wenig weiter. Oh. 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 Yeah. Bittelisch. Alles gut. Ich mach hier grad nur Achievements. ist gut wie sie aussehen siehst schon stiege aus ey ist schon cool wir leben Tiere friedliche Tiere Ey, ich komm immer, man muss immer zwischenladen mit noch nem Klick. Nicht immer. Mal kurz gucken, dass kein Zug kommt und bitte jetzt nicht irgendwie über die Bande klippen. Mal hier kurz ein Fehlerchen. Oh, die sind schon tot. Aufnehmen müssen wir die glaube ich jetzt nicht. Die Feder sind gut für die Pfeile. Was ist hier so ne Treppe? Warte, sonst fährt er erst umgefahren vom Zug. Bleib mal gut hier. Ich muss mal kurz was checken. Oh, das geht schief. Das geht schief. Mhm. Noch ein kompletter Komplex. Ja, da kommt nämlich der Zug. Damn dude. Gut. Wenn jetzt Imponer noch auf dem Gleisen wär. Nichts weiter. Nichts weiter. Ja, das geht schief. Hier ist aber nichts. Na gut. Moment. Ja. Ja. Das geht. Ja. Ja. Das geht schief. Ja. Hier geht auch nicht viel. Hier ist nicht viel los! Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt dunkel ist, oder ob das generell so ist. Mal gucken, was so geht. Ah, wir können uns auch quasi von oben wieder zurückreiten. Wenn wir hier einmal die Runde drehen. Oh, warum nicht? Ich kann mir den Weg. Ist doch ganz gut. Vielleicht kann man ja noch was schießen. Oh, Gott! Nein! Nein! Someone help me! Come on! Get this thing off me! Oh, Jesus! Please! I can't take this pain! Here, take a swig of this. Okay. Okay. Es gibt den Ball. Immer so frei. Wenn ich den Ball im Blast geh. Ich bin ein Woll. Ich bin ein Woll. Ich bin ein Woll. Ich nehme das jetzt mal mit. Ich wollte mir jetzt kein Health-Cue geben, weil ich irgendwie dachte, dass es sowieso nichts gibt. Deswegen habe ich einfach Whisky gegeben. Oh, die Part, nao. Hey, there, Mister. Who are you? You're taking nothing off me. There we go. There we go. Easy now. Easy now. Ja. Hier ist wieder Fluss. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Oh-oh. Eine tiefe Klaviertaste erklingt. Easy, easy. Easy. Das klingt schaurig. Was ist das? So ein Stein? Ich dachte, da wird was schwimmen. Ich dachte, da wird was schwimmen. Oh-oh. Oh-oh. Wo bin ich? Hey. Ich will mich nicht direkt. Ich will mich nicht direkt. Kann man denn direkt dahin kommen? Frag ich mich. Dann muss ich wieder zurück, oder wie? Ich weiß nicht, ob die freundlich sind oder nicht. vermutlich nicht. Oh-oh. Vermutlich nicht. You cannot use weapons in this area. Okay, dann scheint es freundlich zu sein, hoffentlich. Hey. Winnie. How are you, ma'am? Hello. Sonst werden wir hier stehen. Was ist mit ihr? Oh, oh. Kann man dem Gelber auch einen eigenen Hund haben? Ich glaube, sie lehnen mich ab. Ist das hier eine Karte? Immer verschwinde ich von mir. Okay. Okay. Okay, dann jetzt wieder zurück. Hier wollte ich irgendwo hin, ne? Warte. Genau, das ist in den Norden. Geil. Ich meine, wir können hier über die Gleisen und dann hier so einmal die Runde drehen. Sollten wir sowieso machen. Das sieht aus, als wäre das irgendwie unterirdisch oder zumindest in einem Berg. Was ist das Tier jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Ich meine, ich bin noch nicht. Oh. Und. Oh. 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 Ich sammle einfach mal Fälle. Endlich dachte ich, dass der andere auch eben gestorben wäre. Der hätte es noch weggeschafft. Mein Wegen. Wie? Minus-Hunter-Punkte bekommen, weil ich das Tier, glaube ich, verboten lassen habe. Schlechter Jäger. Schlechter Cowboy. Aber dafür habe ich kein Fell. Schlechter Jäger. Es sieht immer so aus, als könnte man nicht weiter. dann geht es doch aber wir schlägen uns und sie erst mal so weit geht ja ja porque ja 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 wir stehen also jetzt noch mal hier so hoch zu kommen ob ich glaube das könnte auch schwierig werden es muss aber doch irgendwie gehen oder schummeln ich kann doch welches aus fährt erstmal beruhigen wenn ich das pferd jetzt führe gut geführt ja ich glaube das ist sehr steil schon ja 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 nicht rumkippen ne das wird alle nix glaube ich vielleicht sollte ich den Wind auch gar nicht reiten sondern besser einfach laufen um zu gucken wo ich her kann und wo nicht ja 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 was ist das da hinten ist die straße so weit weg dass du mich anschließt hat er hat die schotten hat er hätte schon für eine schotten You have entered a Legendary Animal Territory? Damn. Ah, this will fly. Easy! Was ist das? Er liegt. Okay. 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 Yep. Okay. Ich bin da schon mal wieder in der Brücke zu sein. Ach, da ist ein Tunnel jetzt. Und sonst kann wahrscheinlich gar nicht groß passieren. Vielleicht doch. Ah. Den kenn ich. Informationen, da waren wir eben schon, nur von der anderen Seite. Ja. 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 Hier waren wir eben schon. Ja. 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 Mal, wenn man seien. Ein gutes Wochenende. wirklich das genau das gleiche von eben da kann man jetzt nicht schlau aber irgendwas ist das die gleiche brücke wie vorhin die eben die brücke viel länger außerdem dass man ihre aufgänge es gibt doch nicht die gleiche steinformation mehrmals bekam das echt anders vor noch aber okay 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 zack völlig betrieben im größten kaliber in die welt gesehen hat das kleinste tier packet ein hier ist eine brücke blauer nehme ich mit für die angebiete ich wollte ich die ganze zeit hier ist hier ist ein guter fuchspelz mal denke ich mal ich zerstöre alles mit der gun wo es jetzt ist noch zack nice komm du mal mit aber falle ich über die klippe ja man zieht es ist eigentlich jetzt hier da hinzugehen aber das ist schon viel zu weit aber andererseits ich meine von hier können wir offiziell rüber gehen ich weiß alles voller klippen und dann kann ich da eigentlich übersetzen ja 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 jetzt ich muss ich muss ich muss das fährt studieren ich hab nichts gemacht wie guter cowboy minus punkte wenn ich ihn suche wenn er schon tot ist wir sind hier im wilden westen hallo das kann ich gewertet werden was das für ein brütes cowboy spiel der mann war schon tot natürlich gegen seine tasche so jetzt am besten wieder zurück oder wir checken das erstmal aus ist näher dran ich will jetzt nicht die ganze schreck wird zurück so sind das pferde? das sind pferde ist das der pegasus? ach morgens ich glaub das sind die kleinsten pferde oder morgens? das sind noch verschiedene rassen ne das sind alles morgens ok boy sagen wir schauen vielleicht noch weiter erst ok Let's kick you out. Scheint eine alte verlassene Jagdhütte zu sein. Okay, dann kicken wir die mal auf. Ah, hey. Snake Oil, Coffee, nehme ich mit. Das man immer so Hütten findet und oh, Zigarettenkarten. Zwei Stück. Ich dachte, es ist ja Golf, aber es ist Kugelweibwurf. Kugelweibwurf. Cigarettes, ja, da kriegen wir auch eine Karte von. Was ist das jetzt? Oh, ein Cocaine Gum. Kokain-Kaugummi. Hab ich das? Ich meine muss, sonst könnte ich es nicht aufnehmen. Äh, sonst könnte ich es aufnehmen. Was ist das Coke? Coke! Ah, ja. Ah! Ohohoho Das. Mcio! Nice. Dann mal weiter. Vielleicht können wir auch einfach mal zu Burrow Lagoon. Oder hier die Hütte auschecken. Und hier wollte ich auch nochmal hin. Können wir uns vielleicht so durchschlägen? Ich weiß nicht, ob wir hier durch die Bergkette durchkommen. Tatsächlich. Das weiß ich nicht. Ja. Ich meine, wir haben eine Straße zuvor. Das haben wir hier auch. Und das ist nah dran. Das ist erst zur Lagoon. Ein süßes kleines Tier. Lass dich nicht entfliehen. Ist das schon wieder? Ach, das ist viel Erfolg. Gut, aber tiefgleich. Ich erkunde ja auch nur die Gegend. Ich habe ein bisschen an meinen Stream-Einstellungen noch mal rumgespielt. Muss ich auch gleich nochmal nachgucken, später nach dem Stream, wie das so ist. Aber es ist halt auch nur ein bisschen komisch, denn Hand ist immer superpixelig, habe ich festgestellt. Weil Hand einfach auch... Ja, es ist einfach schlecht zu streamen, irgendwie. Obwohl es gibt natürlich andere Streams als die Qualität viel besser nochmal, aber generell ist das heikel, dass da alles sauber aussieht. Dieses Game sieht immer top aus. Äh, die können wir auch noch farmen. Ich bin abgestalt. Ja, genau. Es geht jetzt erstmal zur Lagoon. Ja, ich bin abgestalt. Ist alles gut. Ist alles gut. Okay, girl. Easy now. Das ist das perfekte... Perfekte Fell müsste es eigentlich sein. Äh, Rocky Mountain Bull Elk. Ein Stern nur. Wurden Bogen umgebracht. Sack. Hey, little advice. I'm really bad company. Replace Pelt. Ja, ich muss erstmal mal gucken. Wir haben fünf Elk. Hab ich schon umgebracht. Was? Das kann nicht sein. Okay, das war ein pur Elk Pelt. Und das hab ich jetzt in der Hand. Wahrscheinlich auch das gleiche. Ja, oh Elk Pelt. Ja, dann... Vielleicht kommt hier nochmal jemand vorbei. Kann ich dann aufsammeln. Cooler Effekt. Ja, da geht's. Wir werden das cool. Was mit ihm? Das ist nur ein Bogen. Die Luft ist rein. Das ist ein Bogen. Ja. Oh. Du bist ja richtig, richtig schneelastig. Ah, und die Lagune ist zugefroren. So ist es also. Okay, dann können wir jetzt über das Eis Trifft gar nicht mehr richtig. Ja. Das wird ein bisschen poor condition. Das muss passen. Ich lasse es jetzt nicht. Das Tier hat kaum gelitten. Das Tier hat so gut wie gar nicht gelitten. Ich bin auf jeden Fall ein ethischer Jäger. Deo, was für ein dickes, was für ein Bär. Das. Ich bin auf jeden Fall. 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 Ja. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. ein bisschen auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Dich muss ich um den das zu fahren. Ah Jin Okay, girl So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das jetzt clever mache, dass ich... Ah, was geht das? Was geht hier denn? Adler Ranch, die brennt oder was? Können wir eigentlich auch noch mal hin Ja, jetzt gehen wir von hier einfach nach da, ne? Ob es gibt irgendwo quasi so eine Stadt, wo man Sachen verkaufen kann noch irgendwo hier im Norden oder ob das jetzt alles so gutes Gebiet ist Irgendwo muss es doch noch so ein kleines Dorf geben, oder? Ja 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 doch mal kurz mal energie auf so 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 Ja. Das soll ein Weg sein, ne? Hoffentlich. Sie sehen sich ein bisschen wie Herr der Ringe an. Wenn sie über die Bergketten müssen. Die Gefährten. Die Gefährten. Die Gefährten. Ich suche nach dem Pegasus, tatsächlich. Oder irgendwie nach was Interessantem. Hör, 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 hör. Geht's. Okay, then. jetzt sieht ein schneesturm auf stück aber nun geradeaus und dann müssen wir den lake auch mal auschecken hier und adler ranch das wölfe da hinten findet es nicht heraus und Ich glaube, wir sind da. Ah, das war dieses Anfangscamp. Oh, hier beginnt das Spiel. Das ist clever gemacht von den Developern, denn das ist generell Schneegebiet. Am Anfang wird dir das im Spiel suggeriert, als wärst du quasi im Winter und würdest dann früher erreichen. Das haben die anscheinend ganz clever gemacht. Die haben dich in den Norden gesteckt am Anfang. Da hast du generell Schnee und dann kannst du einfach tun, als wäre Winter. Aber das ist immer so. Es ist immer Winter hier. Die sind in den Bergen. Mach ich schon mal. Ich bin der Hass. Das ist clever gemacht. Kannst du natürlich storytechnisch, kannst du natürlich den Part auf der Karte nutzen. Der ist halt voller Schnee. Und dann beginnst du halt im Winter. Man muss dich irgendwie retten im Frühjahr. So wird es ja dargestellt. Und dann denkt man natürlich, okay, wow. Jetzt haben die quasi auch noch das alles mit Schnee designt. Aber nee. Die schneid's einfach immer. Das ist halt der Part der Map. Nice. Sleep? Ja. Ja. Setz dich. Leg dich einfach mal da rein. Easy. Uh. 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 geht nichts weiter verschwinde von hier und dann ist die adler ranch im endeffekt die ranch wo das haus gebrannt ist das klar da müssen wir auch gar nicht vorbei eigentlich das ist da wo wir am anfang das proviante erholen wollen richtig dann ist wahrscheinlich das auch der fluss wo man am anfang des den hirsch oder dass das reh halt hier so tötet das ist alles anfangs bereich da müssen wir glaube ich stehe ich jetzt gar nicht hin weil es ist gar nicht so interessant dann reiten wir jetzt lagune schon gleich einmal um lake isabella und dann hier gucken was hier so ist was ist das swing esen swing besen vielleicht oder mal gucken was hier so geht ne moment mal kurz ich kann mich erinnern da haben wir doch die cowboys bekämpft richtig das ist doch wo man von oben von dem berg runter kommt und hier ist doch quasi dieses ding wo man so sich erst hier so runterschleicht und dann hier so ein feuer gefecht hat und dann von hinten noch mal leute kommen man hier noch mal ein feuer gefecht hat das ist auch anfangs shit boah ich kann mich ich konnte mich an dieses konstrukt erinnern okay ja ich glaube es ist alles intro stuff hier der ganze norden es ist gar nichts interessantes würde ich jetzt erstmal so von ausgehen das bedeutet in strobe dürfen wir halt nicht rein das heißt ja fuck was machen wir jetzt wieder komplett zurück und dann hier weiter oben ich brauche halt eine stadt oder ein dorf oder so ja aber andererseits bringt hier wirklich nichts das ist alles anfangs shit ich würde ja am liebsten irgendwie da so ein die zugstrecke hier nehmen easy peasy und dann durchreiten bis hier kommt man da irgendwie drauf ist das alles tunnel mal testen mal testen aber alles tunnel weil wir die wieder freigelegt die strecke gar nicht das ist ein riesen tunnel und hier wahrscheinlich aber das sieht auch so tunnelmäßig aus pt indian reservation da waren wir eben da waren wir nicht erwünscht und wir haben schon vorschlagen wir reiten zurück zu wellenteilen erst mal sachen verkaufen was das hier ja machen wir das ja 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 um damit won't take long it won't take long we have no one and it's full of food talk man i 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 was das sind hier 2,19 siebzig cent fix für ein kriegst für ein schlechtes eichhörnchen feld genauso fast genauso viel minimal weniger als für ein lebendiges pferd ja den vielleicht speichern die hörner noch mal auf wolf herz sollte wenn es ist es quasi zubereitet ist auch noch mal mehr alligator zahlen wo kann man muss ich eigentlich verkaufen so oder so die fälle müssen weg ja 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 ich kann auch sie noch mal was machen da der regel mit mir wo kann man schmuck verkaufen das wäre das ist der saubern hier gibt es hier general store das geht es auch nicht er nimmt nur so so kam ab und an aber da können wir tatsächlich manche diese vielleicht die zigaretten verkaufen damit ich dann nicht immer eine brauchen muss wenn ich nur eine neue aufsatz oder vielleicht nimmt das auch nicht an die auch ein offi auch und auch und auch und Okay, was auch immer. Du brauchst einen Schmuckladen. Okay. Wo ist mein Pferd? Den lute ich nicht. Na ja, muss ich auch noch was zahlen. So. Da ist auf jeden Fall ein Fragezeichen noch. Und hier ist ein Gans mit. Nein. Nein. Äh, das ist schon eine Katalog. Mal gucken, ob irgendwas, ob... Ich muss ja eigentlich das Geld sammeln für die Dings. Oh nein. Ich darf hier gar nicht nachgucken. Okay, da komme ich um Versuchung. Ich darf natürlich jetzt gar kein Geld ausgeben. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ist nicht. Nein. Okay, hier kann man nichts verkaufen. Hier kann man nichts verkaufen. So, wir wollen ja zu Lafayette mal tauschen. Oh ja, das machen wir ja. Ja, aber sowieso jetzt voraus. Ich glaube, 4 reicht voll gut. Das ist ja perfekt. Können wir das für gleich tauschen. So. Deswegen hat er ihm die ganze Zeit so gejault. Ja, dann füttert das doch. Saddle up. Nice. Wait, was ist... Gibt es irgendwelche Pferde, die man kaufen kann noch? Neue? Obwohl ich ja eigentlich wieder nichts kaufen darf. Aber egal. Ach. Das Schwarmblatt. Stimmt. Genau. Den haben wir gekauft gehabt. Ah. 450. Nice, nice, nice. Aber den kann ich mir jetzt recht nicht leisten. Was ist das? Maka. Hinterhof, oder wie? Was macht er denn da? We found an operation at the... We can now rob the shop sites business. Just go away. You don't want to be making trouble here. Believe me. Warum kann ich jetzt den Shop ausrauben? Nur weil ich da quasi irgendwie so Hinterhof-Deals mitbekommen habe, oder was? Ups. Was ist das? Ups. Wo ist das? Um's klo. Die haben gesagt gar nichts. Das gibt am meisten, wir wissen jetzt am meisten, aber 25 Cent ist für den Blumenpflücken. Viel, viel mehr und besser, als wenn du irgendwelche Fälle organisierst. Aber da kann man auch nicht tolle Sachen verkaufen. Ich gehe mal nach hinten, du ist okay. Ich gehe mal nach hinten, bevor ich ein Bußgeld bekomme. Vielleicht kommen wir hier. Ja. Ellie and Swamp. Sie hat also einen Lover. Das ist ihre Schwachstelle. So, wir kommen uns dann doch um die Bounty. Nein, die Frau wohnt in der Zone, in der ich gesperrt bin. Aber nur ganz eben da drin. Äh, aber vorher nehmen wir noch ein Bad. Man muss das ja bestellen, wups. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Ich gehe gleich nach hinten durch. Jetzt darf ich. Damn, das wurde aber mal Zeit. Kann ich auch irgendwie eine Servicekraft bekommen, um mich zu truppen? Wie ein König. Oh, ja. Klar. 50 Cent. Ich schnappe. Ja, das war gut. Ja, danke. Thanks. Thanks. You can just leave it to me now. Hope the water is hot enough. Sicher. Du kannst auch no small talk. Wenn du halt nicht mit ihr reden willst. Sie nur schrubben soll. So, wie geht's? Ja, nicht zu schlecht. Was für ein Sammoor. Oh, du bist sehr professionell. Du machst mich bluschen, du. Ist das alles gut? Ein small talk, bitte. Nur schrubben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist perfekt. Danke. Okay. Vielleicht gehen wir wieder. Was ist das? Es ist ein Land da draußen, ich weiß, ob du ein Ort brauchst du zu schreien. Ich weiß, ob du ein Ort brauchst du zu schreien. Hey, geht's los! Oh, hell! ich mach gar nichts ich mache mal wieder gar nichts hey move it hello there let's move it move it hab ich eigentlich noch genug patronen für eine mission ja 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 das ist in der karte eingezeichnet sehr praktisch noch also auf jeden fall im store berühm natürlich sagen aber irgendwo muss dann sein was das hier hier aufgedeckt ist das hier es kommt noch vertraut vor wie war ich auch schon mal kann das sein ich glaube ich auch schon mal haben wir hier nicht irgendwie so einen bauern bedroht oder so und haben dann irgendwie geld eingetrieben ich glaube das war diese geld eintreib geschichte richtig so weiter das brauchen wir nicht jetzt ist es schlecht jetzt zwei sterne das ist nichts gleich ein dollar das ist ein glücker Ja. Ja, wir sind gleich da. Na, was das Kaninchen zerschmettert. Das ist auch eine Challenge, by the way. Da kriegt man auch Punkte für. Beziehungsweise, das wird gezählt. Wie oft du ein Kaninchen überritten hast. Wenn ich das zu sagen darf. Congratulations! Du hast sechs Kaninchen zermatscht. Ethisch zermatscht. Ich bin so cool, dass du so eine Vollbremsung machst. Kannst du? West Elizabeth, 90, 300 Dollar? No. Ja, Fuchs. Diges Tier. Wir sind da. Vielleicht kann ich sehr schnell töten Und dann wieder einheizen Ohne dass wir irgendwie Keine Ahnung, zu viel Aufmerksamkeit Ellie and Swans She's wanted a life Oh Okay Ein stolzer U Was war das? Oh Coastal Horned Owl Perfekt Perfekt Der lebt ja auch noch Okay, mal gucken wo die ist Vielleicht gehen wir erstmal hoch Um zu localisieren wo diese Ellie and is Und sie darf halt nicht sterben Ja, mal schade Ellie and Aha Ich bin mal Lafayette hier an Ich geh mal zu Fuß weiter Ist das Ellie and Habe ich ein Seil? Ist die das wirklich? Oder sind das einfach nur Mitfahrer, die auf den Zug warten? Ich check das mal aus Ups Wolle ich verdächtig aussehen? Zen Bist du Ellie? Ist das Ellie? Hey Wo ich ehrlich sagen muss Wir sind hier gar nicht Wir sind hier gar nicht in der Zone drin Das gehört bestimmt nicht dazu Ich denke, das war sie nicht Aber wir folgen mal den Schüssen Jetzt gehen wir wieder raus Ich würde mich ja natürlich trotzdem interessieren Was da abgeht Aber wir sind nicht in der Zone Die Sache ist halt Ich habe halt eine 300 Dollar Bound Die fällt mir jetzt gerade wieder ein Eigentlich darf ich gar nicht Ich bin gar nicht da Ich suche nur eine Frau Wie cool ist das denn? Die Steine rollen noch den Abhang mit runter Ist doch bestimmt irgendwo am Wasser oder so Ich glaube, es geht Das ist nicht nett Das ist nicht so freundlich Wieso steht das unter Verschluss? Was ist das? Was ist das? Kinder? Tiersche? Brüten? Erde Erde? Also Rentiere Warum ist das eigentlich jetzt unter Verschluss? Aha Ich glaube, wir müssen kurz aus Testen und abwarten Bis die Mich nicht mehr suchen Ich hoffe, das klappt Indem wir einfach hier in der Ecke warten Ich frage mich, ob das jetzt so wie GTA ist Und man durch Warten Die Verfolgung Beziehungsweise Dass man Also dass die Gegner alarmiert sind Aber man das abstellen kann Da muss ich tatsächlich sagen Finde ich das GTA System Ein bisschen Benutzerfreundlicher Wenn du genau weißt Wie viele Polizeimedaillen du hast Und dann wird das Mit der Alarm immer größer Am Anfang ist dann nur irgendwie ein Polizist Oder so alarmiert Bei zwei kommt dann schon Mehrere Polizeiwagen Bei drei kommt dann irgendwie Special Einheit oder so Und Helikopter war das damals bei GTA 3 Bei vier kommt dann irgendwie FBI Und bei fünf dann das Militär oder so Shit Das finde ich eigentlich ganz cool Dann weiß auch der Spieler genau Wie viel er so hat Und Ob das da so runtergeht Und so Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht Wie lange ich warten muss Und was jetzt geht Damit das jetzt quasi jetzt vorbei geht Oder ob ich das überhaupt Abwenden kann Das wirkt mich jetzt gerade nicht so Als könnte ich da irgendwie entgegenwirken Aber die Grenze ist ja direkt hier Vielleicht kann ich kurz einmal rüber wechseln Und dann wieder Und dann wieder Das ist Kupendium Moment mal kurz Was ist denn das hier? Vielleicht ist L.E.N. hier Vielleicht ist das hier versteckt Oh, das ist ja nett Nein Nein Ich will keinen Nein Ich wollte jetzt nicht Ein trägeres GA Integres Junio Wasted Ja Habe ich absichtlich gemacht Jetzt hätte ich noch mehr Geld bezahlen müssen Du musst nur 6 Dollar zahlen Das ist gut Und es ist hoffentlich auch wieder Ist hoffentlich wieder alles cool? Ja Okay, das ist nice Okay, jetzt checken wir es nochmal aus Habt ihr meinen Twitch-Namen leicht gerne? Warum? Okay, aber ja gut Es ist eine Entscheidung Ist cool Ein tägeres G.A. Klingt wie eine abgegradete Version Weil ich ja jetzt Gin heiße Achso Wüsste ich gar nicht Nun ist alkoholische Getränk Oder Gin Sagt man die Gin Kann man natürlich jetzt nicht Schlecht bestätigt Okay Äh Also ich denke mal Das war ihre Ja, ich denke Das war ihre Location Da richtig da unten Das sieht auch immer verdächtig aus Ich denke das war mal ab Ja Ich denke das war mal ab Ja Ich sehe das in der Bibliothek Sie sagen, du bist ein Black Widow Nein, nichts anderes Das bedeutet, dass du deine Lieblingsbeziehst Wo sie getrennt? Das ist ein Nonsense. Ja, das ist ein Nonsense. Jetzt komm hier. Komm hier. Hier ist ein Bounty Hunter. Das ist hier. Ich bin ein Niemals. Ich bin ein Niemals. Ich bin ein Niemals. Kill das Bounty Hunter. Oh Gott. Man, du hast ihn. Ich bin ein Niemals. Ich bin ein Niemals. Ich glaube, ich würde mit dir kommen. Oh. Ich bin ein Niemals. Ich bin ein Niemals. Ich bin ein Niemals. Ich bin bereit, wenn du bist. Das hat noch nie geklappt. Das ist genau wie in Real Life mit mir und den Frauen. Die stehen genau vor mir. Ich krieg's einfach nicht hin. Aber... Ich krieg's einfach nicht hin. Jo. Jo. Hier mach ich schnell. Der Apfel. Soak? Nice. Das ist mal Luke. Das... Das ist... Lafayette. ich bräuchte ich bräuchte unterstützung ja da steht einfach ein pferd im wasser kann ich kann ich sie mit darüber nehmen verstaut ich kann mich nicht erinnern ja schweig still frauenzimmer jetzt nach hause lafayette zurück ja ja um Hmm. Ich habe das Pferd jetzt mitgenommen. Das gibt noch einen Dollar extra. Einen Dollar gibt das Pferd zumindest. Ich weiß jetzt zwar nicht, woher das kommt, aber verkauft es trotzdem. Sie ist die ganze Zeit nur am Platt fahren. Es stört sich gar nicht, dass sie da hinten auf dem... Ja, ja, ja. Es muss auf jeden Fall eine Handspielerin sein. Ja, ja. 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 Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Pferd abliefern kann und sie dann... Also ich will nicht, dass sie im Endeffekt verschwindet. Dass das Game meine Bounty deletet. Tschau. Und verzichten wir auf einen Dollar. Ja. 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 Du kommst mit mir. Perfekt. Du kommst her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another fella out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. Nice. No. No. Man, it's crazy. 25 dollars? What? I'm sure she could find herself a husband yet. That's cowboys for you. Indeed. That's not so much. Good morning to you. What? I want more hoft. I want to get the spartan. Hello again. I need a bath. That's okay. Can you organize? I got someone warming it up for you already. Nice. Der ist schon sauber. Aaaahhh. Dann gönuito ich mir doch das Deluxe Bad? Can I get some help in here, please? All right. Just relax. I'll take care of you. Yeah. You'll leave this place feeling brand new, you know. Yeah. Let me know, if you'd like a bit of an extra scrub in any way. Easy. Wie viele Stunden bist du schon in einem Game drin? Äh... Nicht so viele Stunden. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ein paar. Ich kann gleich mal die Karte zeigen. Wir haben nicht so viele Missions gemacht. Bis jetzt. Das war sie am Anfang. Ich weiß auch nicht, aber ich kann dir gleich alles zeigen. So, wie geht's mit dir? Fine, danke. Okay. Okay, ich denke, ich bin gut. Damn, ey, und das für 50 Cent. Da ist jeder Cent gut investiert. Warte, ich kann es kurz zeigen. Einmal Progress, Story 15%. Das ist noch nicht so viel. Aber hier, Total Completion 31%. Also, noch recht am Anfang, aber irgendwie trotz ist es schon ein Drittel. Ich bin halt auch... Also, ich mach das halt auch so ein bisschen anders. Wir müssen nämlich, im Moment jetzt gerade... Ich kann es mal kurz zeigen. Ich kann es mal kurz zeigen. Okay, egal. Okay, egal. 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 Und heute haben wir komplett diesen ganzen Teil hier erkundet. Und ich wollte heute halt in den Norden, um so ein bisschen die Karte zu erkunden. Und wir müssen halt noch 300 Dollar... Ich hab hier... Wanted Dead or Alive... 300 Dollar Bounty in Strawberry. Und dafür sammle ich jetzt Geld. Man kann sich auch einfach stellen. Dann kommt man ins Gefängnis. Und dann kann man da ausbrechen, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Und muss dann das Geld nicht bezahlen. Wir können in der Story... Also, eigentlich muss ich diese Mission hier machen. Hier ist eine Mission. Und ich bin aber in dem Gebiet, verfolgen mich alle und wollen mich töten. Das ist ja eben auch kurz passiert. Ja, also wo du reinkamst in den Channel, bin ich ja gestorben. Das heißt, wir müssen erst irgendwie gucken, dass wir die Bounty, die 300 Dollar wegbekommen. Und dann können wir die Mission machen. Ich hab jetzt gerade zur Zeit 144. Und ich wollte eigentlich so ein paar Fälle sammeln und irgendwie... Ja, verschiedenste Kram sammeln, damit ich Geld bekomme. Aber Geld gibt man echt nicht so einfach. Dann habe ich jetzt gerade eine Bounty gemacht. Um da nochmal 25 Dollar abzustauben. Vielleicht können wir ja noch hier irgendwie was beim Butcher verkaufen. Das gibt auch nicht so viel. 40 Cent. 75. Ja, der Moose Antler. Der gibt 2 Dollar, aber den will ich eigentlich nicht weggeben. Das ist nicht die Welt. Aber hier den Schmuck, den kann man noch verkaufen. Okidoki. Guck mal, ob es noch irgendwie Missions gibt, die wir machen können. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir immer hier starten und warum ich den... Vielleicht ist es ein Bug. Vielleicht ist es ein Bug, den man nicht so einfach jetzt wegbekommt. Vielleicht mit einem Neustart oder so. Also wir können natürlich jetzt auch noch schnell hier... Hier vorbei. Um vielleicht da nochmal ein paar Sachen zu verkaufen in meinem Camp. Ansonsten... Das ist halt... Ich hab halt keine Missions mehr. Wir können ja mal hier vorbeigucken, was hier so geht. Ich muss halt diese Mission machen. Das ist die letzte Mission auf der Karte komplett. Ich hab... Es gibt auch keine großen Side-Missions oder so. Deswegen erkunde ich schon die ganze Zeit. Ich bin... Ich steck gerade so ein bisschen fest. Weil ich halt das Geld sammeln muss. Wir gehen mal zurück zum Camp. Wir gehen mal zurück zum Camp. Und jetzt gerade ist es tatsächlich... Deswegen wollte ich heute einen Stream machen, wo ich einfach Geld sammeln und die Gegend erkunde. Ich mein, wir könnten es uns einfach machen, indem wir uns einfach stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man sich stellen müsste, aber... Was geht hier ab? Ich habe hier ab. Okay. Das ist eine wunderschöne Fireside-Sein. Hey, du hörst du Kolm O'Driskel. Jetzt, pretend du nicht wissen, wo dieses Camp ist. Geh jetzt! Du willst nicht mit einer Runde fahren mit einem Bullen fahren. Das Auto ist nicht wert. Nee, ich fang jetzt nicht. Das Problem ist halt in diesem Game, du darfst auch nicht groß Stress anfangen. Weil, wenn du einmal exposed bist, dann musst du halt so richtig viel Blechen für jeden Typen, den du abgeschossen hast. Und es kommen die ganze Zeit Leute. Du Fuchs. Du Frosch. Ein gemeines Tier. Das war lustig. Ja. Ich wollte mich da einfach umkommen, das ist nichts. Das war eine Mutbrugge. Er wollte bestimmt seine Rentierfreundin beeindrucken. Ich bin es. Arthur, du Dumbass! Look what the cat drank, yeah! Leave me alone. What are you doing there? You're throwing rocks at the old Driscoll? Why? Because he's an old Driscoll. Joey said that was that. Leave him alone. Go on, away with you. But you said get away with you. Leave the rock throwing to the grownups. I'm so glad to be out of that cold. Let's see what we can sell here. Me too. Here? Yeah. Raffling upgrades, let's check. Arthur, don't forget, I'm more than happy to craft you something, if you bring me the right materials. Nope. Nope. Nope, nope, nope. We can sell something. Uh-huh. Uh-huh. Huh-huh. 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 verkauft Wait. Moose-Antler. Was ist denn auch dabei? Hallo? Hier sind, does not have all the ingredients. One Moose-Antler. Versteh's nicht. Tab, Info. Der Antler ist von Moose, mounted and hung up. Ja. Ich versteh's nicht ganz. Aber ist auch nicht wichtig. Oh. Lenny Necklace. Das ist 2 Dollar. Okay. Wir machen das so. Ich geb das ganze Geld weg. Und dann versuchen wir uns zu stellen. Nathan. Ich hab doch genug Fleisch. Das muss ich noch mal gut essen. Das muss ich noch mal essen. Das muss ich noch mal essen. nicht die beste Qualität, aber ein paar Seasenung will es hide. Best Qualität, Minder. Jetzt können wir hier die Uhren und so abdrücken. Die geben auch noch mal viel Geld. Geht das nicht? Achso. Enter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guter Cowboy. Gute Cowboy-Punkte bekommen. Jetzt geben wir noch ein bisschen Geld. Uhren, kannst du auch so verkaufen? Ja, ich weiß. Aber ich will das ganze Geld ja erstmal loswerden. Bunsen. Ich will ja tatsächlich das Geld weg haben. Nice. Okay, dann mal los. Vielleicht rasieren wir uns nochmal schnell. Chopps. Zack. Den Stubat lass mich stehen. Wir sind Schimanski. Ja. Du hast ein Messer in der Hand. Das Messer steckt in deinem Arm. too many men. This world? Far more gentil. Hä? Ha, ha, ha. I never figured running in a bunch of outlaws would be the gentil option. Well. I've seen things, sir. I've seen terrible things. Alles klar. Are you well? Oh, I've been better. Well, tomorrow we'll be right back. Was mörsert sie denn da jetzt? Hey, so that fella who's hashling you in Valentine. I'll tell you another time, okay? Okay, sure. Da. Okay, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier mit dem Stellen dann ist. Wo muss ich dann hinreiten, um mich zu stellen? Straight to Strawberry? Okay. Bounty-Poster? Ja. Oder zum Post Office in Storeball? Aber da komme ich ja nicht lebend an. Die töten mich doch vorher. Du kannst ja einmal in... Kann man sich auch einfach in Wellenteilen in den Knast begeben? Gutes im Wellenteilen, in den Knast. Ja, doch klar. Warte, wir reiten erst einmal zur Post Office hier hin. Und checken, ob wir da irgendwie uns ergeben können oder so. Und sonst reite ich halt straight to Strawberry. Ah, fuck, das ist noch mal ein Umweg. Komm, wir reiten direkt straight to Strawberry. Da gibt es auch ein Post-Ding. Da steht ja nichts davon drin, dass man sich da ergeben kann. Das ist geil. Das ist geil. Let's go back! Das war ethisch, ich bin ein ethischer Jäger, habe ich schon so oft bewiesen. Das ist ein richtiger Tierfreund. Ich reite erst ganz friedlich auf dem Weg und auf einmal, zack, mache ich den Typen. Und dann switche ich zu den knuffigen Tieren und zermatsche sie mit meinen Ahlenrufen. Ohne Scoop! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! You there! Please help me! Down, out! Oh, God! Oh, 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 oh. There, boy, there. Let's him go. Oh, oh, now. Hey, 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 good. Shit. We're all gonna die! Good rip! Easy! Yo! Fuck you! What up? Yep, I saved the fella. And now I skin my prey. Ethical, of course. Thank you. Yo! What a view! Shake, shake, shake! It's not worth much. But... I take it anyways. Okay. What's here? Snake Oil. Rest by fire. Wait. Wie kann ich nochmal die Waffen säubern? Wait. Wait. Wie kann ich nochmal... Waffen inspect? What? What does it be? Wie kann ich... ... 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 muss auch eigentlich neue waffen kaufen aber ich bin jetzt erst der bau zu klären wie wärs wenn wir die auch mal schnell ist so und so muss man nicht unbedingt oder ja doch doch Gute Packs Kettleman Revolver sieht genauso aus wie die Packs ich mein vermutlich ist es auch der Kettleman Revolver denn in Hans Showdown sind halt bestimmte Marken wo sie die Lizenzen nicht bekommen haben oder vielleicht das zu viel teuer waren sind halt abgewandelt aber es sieht aus wie eine Packs von daher ist das denke ich mal der Kettleman Revolver selbst hier das Korn vorne sieht genauso aus in Hand dieser Halbkreis kann man hier direkt verkaufen? gut zu sehen hier 60 Cent naja besser als nix auf geht's da haben wir zumindest 1,20 Dollar falls wir bezahlen können falls die Geld verlangen die Bounty wenn die mich in den Knast stecken ist hier oben ist hier oben Ok, ich bin echt gespannt, was jetzt gleich passiert Mir wurde ja von euch Einen Tipp gegeben Nämlich, dass man sich stellen kann Ich probiere das aus Nachdem wir hier Mal kurz hier vorbeikommen Ja Mach ich Obwohl andererseits Obwohl, ne Erst ist der Strawberry Ich wollte ihn eigentlich umbringen Weil ich dachte so, ok, gut Wenn jetzt noch mehr Bounty dazukommt Ist jetzt auch egal Aber dann Dann zieht sich das doch noch weiter Also Ach von Er will Hilfe Ja Ich habe damit nichts zu tun Ich hoffe, ich wache jetzt im Gefängnis auf Mist Yeah, I tried to They capture me Ok, in Strawberry können wir nicht rein Wie kann ich mich denn dann stellen? How can I Oh Ist es das jetzt? Wait What? I'm a strawberry Wait, what? Hey, friend Hello Ja, hey Wie ist das alles abgeschlossen? Ist das die Post Office? Ja Moin Moin Wo ist sie klein noch? Ich stehe hier Hey, jetzt ist die Stadt für mich cool oder was? FFF Guts Bounty Poster Ist das mein eigenes Bounty Poster? Hotel? Äh Ja It's me The evil Arthur Wait, I go to jail I knock real quick At the jail And Ask What's What is wrong with me? What What I have to do Yeah Okay Wollte ich mich eigentlich selber Stellen Und einliefern lassen Look at you Look at you Uh-huh Howdy But I still It's still red I'll try Und ich hab Glaub ich immer noch auch Ja, das sind Sachen Nämlich blockieren Nämlich diese Die wichtigen Und ich glaub das ist Weil ich immer noch die Bounty hab I'm confused I'm confused Really, really confused I check out This FFF Guts Real quick Willkommen zu Strawberry My friends Weil du respawned bist Das ist, dass du Aha Also wenn ich jetzt die Stadt verlasse Dann ist wieder Ähm Alarm Alarmbereitschaft Aha Er ist dann nicht sinniger gewesen Wenn man den Spieler einfach außerhalb der Stadt spawnt Damit halt so ne Verwirrung nicht entsteht Ne Und wenn die Stadt hier betrittst Dann bist du halt wieder down Aber okay Ich weiß Bescheid Na Ich probier's dann jetzt trotzdem Andererseits Ich kenn dann niemals dann die Bounty Selbst wenn ich jetzt die Bounty hole Und ich will jetzt in die Stadt gehen Dann schießt ich mich ja über den Haufen Und noch mal Rockstar Games Du Red Shirt Guy Warum ich hab ein blaues Shirt an Ja Ja Also ich werde ich jetzt Das Licht zurück Doch wir können jetzt Zum Post Office Jetzt Da steht eine Rufzeit dran Lass mal einmal noch mal schnell zurück Checken ob die mich jetzt Äh Wieder töten Ob ich da was machen kann Oh 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 Die Bounty hat sich nicht in Luft aufgelöst は will I do you Well I do to you Adi Damn it all hey i gotta be somewhere how do you do ich weiß nicht nur wurde gesagt dass man sich stellen kann aber ich weiß nicht wie man sich stellen können sollte es ist ja auch nicht mehr dass man sich stellen kann testen was machen wir stimmt und es ist es ist fünf finger game an all time classic ein all time classic jetzt sind die finger ab null finger bleiben okay the buy-in is 75 cents back this oh gott okay alles klar let's go nein wir starten mit der richtigen sequenz es gibt sogar nein das eben war super mit dem w a nur ja machst du nur hin und her und ergibt das quasi dann punkt abzu okay start ei 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 nein start da genau w s ist auch schwierig w s ist wie aber er ist schöner bläst 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 Oh, nee, shit, das ändert sich. Aha. Jetzt verstehe ich das System auch überhaupt, man hat auch direkt verkackt, wenn man dann einmal verkackt hat, ist der Nächste dran und so. Yo, was für ein Poser. Ah. Oh, was für ein Poser. Der Nächste? Nein, dude. Oh, man kann natürlich, wenn man, äh, wenn man voll gut ist, kann man natürlich da richtig viel Geld machen, ne? Let's go. Einmal checken wir es noch ab. Was macht er denn da? Ein Zuschauer. Angst, Potter? Träum weiter. Ah, S, okay. Hups. Das ist gemein. All die, S kann man auch so schlecht drücken, Mutter W. Ja. Dein Geld ist da gleich auf jeden Fall weg. Das geht auch immer besser. Ja. Ah, das ist mein Schmerz. Ja, das ist fucking... Das ist mein Schmerz. Das ist mein Schmerz. Das ist mein Schmerz. Das ist ein Bad Game. die machen dann immer noch so tricks wenn sie wissen dass sie gewinnen dann fangen sie an zu posten dann fangen sie an zu tanzen und zu zaubern ok also ich werde jetzt natürlich obwohl ich ja sagen muss ja schon ziemlich weit abseits aber er ist wirklich gefangen ich hab dich du bist du okay du bist du okay das ist wirklich du bist du ich kann nicht lange bleiben du kannst du hier noch lange du kannst du es du hast du es du hast du es du hast du es Jesus! Oh, Gott! Ich muss vielleicht etwas für das Blut. Danke. Ich war für dich fertig. Du hast mich geholfen. Danke. Ich nehme etwas aus meinem Bein für die Probleme. Ich werde jetzt eine Minute nehmen. Ja, sicher. Ja, sehr müde. Mein Knochen fühlt sich wie ich auf Feuer bin. Oh, Gott. Okay, was meinte er? Wo kann ich was nehmen? Von seinem Pferdchen? Von der Tasche oder was? Ist das so? Set it back. 66 Cent Zigaretten? Okay. Ja, gut. Ich habe mal eben hier... Und die Dose natürlich in den Wald geschmissen. So, ich kann jetzt ein Whisky geben. Hier. Drank das. Für die Schmerzen. Das war's. Das cool. Achso, das ist gut. Das ist nice, da habe ich ja endlich was richtig gemacht. Einmal. Nicht Hörnchen. What? Ich dachte, ist er tot. Oh, ich habe ja so eine Schlucht. Was ist das? Schweine. Ich dachte schon, ey. Er schreit da. Was available due to your recent crimes? Ach, okay. Na klar. Für manche Missionen bin ich zu unbeliebt. Ich habe das mal schnell für euch zusammengefasst. Was ist das? Was ist das? ethisch 100 punkte die rest von dem vogel können wir nicht mehr gebrauchen jetzt wirst du nicht mehr gesucht wie siehst du das warum ist noch gut das ist ja alles noch rot also ich habe auch immer noch die bounty so du meinst deswegen hier jetzt könnte ich da doch hingehen meinst du an der hütte aber noch heute reiten zuerst weiter fängern rückweg mach jetzt erst einmal die mischen also ich versuche zumindest da die ideen ist es der oder live so wanted for unlawful killings for the dollar about us to be paid anyone who put him live da marshaler Jaaah! 1 B.A. Okay boy, easy. Ja, wir machen die Bounty. Ich hab sie einfach verkackt. Du hast wieder reingezeichnet, wer ist denn hier? Legendary Hirsch. Finde ich ist tatsächlich auch eine coole Idee für eine Punkband. Also für einen Namen. Legendary Hirsch. Tatsächlich. Nicht so gut wie Katana Ingrid. Das ist eigentlich sogar noch einer der besten, die ich jemals hatte. Aber auch ein guter. Ja, 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 verkantet, verkantet. Ja. 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 Oh oh, was war das jetzt? Mist! Oh oh oh! Kopfgeldjäger, ja, ja! Das wird ein neißer Abend für die. Die streichen das Kopfgeld ein und gehen feiern. Der perfekte Freitagabend. Ist es jetzt weg? Oder kann ich jetzt einfach weiter machen? Oh! Oh! Ja! Oh, was ist denn hier? Oh! Oh! Slow it up! Wir gehen hinein. Oh! 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 Da bist du mit? Oh! 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 Haha, you got nowhere to go, bounty hunter. I ain't here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. Come easy. I'll say something to the law. Ha, it ain't gonna be easy. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me, but you won't beat me, bounty hunter. Hahaha. Wie stumpf das aus. Checkpoint. Ich muss jetzt nicht viel draw on, sollte. Ich hab doch gedraht. Ich hab Anlaufzeit benötigt. Was soll ich machen? Mach's jetzt direkt. Was? Okay. Failed? Ach, ich musste in den Ballen schießen. Oder die Pistole am besten aus dem Ding, ne? Ja, ich konnte aber was werden. afks Society, drei Rechts verdub. Ich fact , oder die Pistole am besten aus dem Ding? Ph fruit Parma! Mssatt meh! joust帤ю미 kitzel! F6 o f1 o f1 o f1 o f1 i f1 o f1 o f1 o f0 f2 o f0 o f0 f1 o f0 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 f1 i h1 o f0 f0! Zurück. Ah, ist 37 Cent. Das geht doch gut. Das geht doch gut. Aber wir müssen jetzt immer noch 300 Dollar, äh, wir müssen immer noch 300 Dollar, äh, zusammenkriegen für die Bounty. Hm, das ist natürlich jetzt sehr doof, dass ich das, äh, jetzt, weil, wir können die Missions halt, ich meine, normalerweise würde man natürlich sagen, okay, dann machen wir einfach, äh, Game Progress, scheiß drauf, und dann kriegen wir, wir kriegen schon Geld, ne? Aber es ist, ist nur noch eine Mission vorhanden, und dafür müssen, ich meine, ich kann die auch einfach versuchen, so zu machen, ich merke mich gerade jetzt auch, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich sterbe, ja, wir machen die Mission einmal weiter. Ich glaube, so schlimm ist es auch nicht. Ich hätte es gerne in die ein nach dem anderen erledigt. No, sir. Aber ist halt nicht. Gut, dass so ein Wildschwein, äh, sich verkantet hat, mit seinen Hörnern. Da ist dann hinter mir schon wieder immer gerufen. Ich wünsche dir, dass du mich in der Zeit hast. Ein wirklicher Mensch würde mich in der Zeit haben. Ein wirklicher Mensch würde mich in der Zeit haben. Ich bin ein bisschen, ich bin, 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 ich bin. Zuck, zuck, zuck. Hey, he looks heavy. Can we take that bounty off of you? No! Hey, he looks heavy. Hey, he looks heavy. Let's go. I guess I'm all yours. Yo. Der unglaubliche Lafayette. Sticht alle aus. I don't deserve this. I deserve to go out with some damn honor. I live by the gun, let me die by you, damn it. That's what I deserve, you damn sneak. I don't deserve to have to listen to this. Here we are, Strawberry. I hear the cells here are really comfortable. You trying to be winsome bounty hunter? Always. Nice. I'm a regular charmer. Now come on. Got Brown here. Ah, Mr. Brown. Come on now. Make him comfortable downstairs. Nice. Oh, in die Zelle. In die hier. In die hier. So. Ich muss ja ehrlich sagen, ne. Aber dafür, dass wir im wilden Westen leben. Hier? I want peace. Und dass jeder eine Waffe hat. Es ständig quasi zu Verbrechen kommt. Gibt es in diesem Gefängnis nur eine funktionstüchtige Zelle. Und die ist besetzt. Äh, ich meine in der Stadt. Auch in dem Gefängnis. Aber das ist crazy eigentlich. Dass die Gefängnisse nur zwei Zellen haben. Hey, hey, hey. You make your work for it? You doled me, so I'd say, that's yes. That's fine. Gibt sich Dollar. Gibt sich Dollar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Ich check das einmal noch aus. Also. Wir gehen jetzt zu der eigentlichen Mission, die ich nie gemacht habe. Ich meine, das ist nochmal extra rot hier gefasst, ne. Ja, wir probieren's. Weil sonst kein Ausweg. Weil sonst nicht was klug wäre. Ich hab halt keine Ground und voilà. Mal gucken, ob wir durchkommen. Mal gucken, ob wir die Mission-Image triggern können. Mal gucken, ob wir die Mission-Image triggern können oder ob das überhaupt geht. Mal gucken, ob ich jetzt das eigentlich hier habe. Ahah. Eee. Letztimately. Hier sind bestimmt auch viele Gute, die man sammeln kann. Kann nicht. Du da, was ist dein Geschäft hier? Wir haben hier einen Vandalinda-Jun. Nein. Nein. Okay, wir können die Mission-Ding machen. Ich verstehe. Damn, wie komme ich an 300 Dollar? Mist. Jetzt gehen die Ideen aus. Was will das Game von mir? Was will das Game von mir? Das Game will doch nicht, dass ich... Keine Ahnung, wo ich... Wir können das mal aus-chatten hier. Wo ich, sag ich mal, Tiere töten und Fälle sammeln und so 300 Dollar sammeln, oder? Oder durch Nebenquets doch nicht, oder? Es ist halt nichts anderes angezeigt. Es gibt keine anderen Missions mehr. Oder geht das Game davon aus, dass du einfach die 300 Dollar irgendwie so übrig hast? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie ganz, äh, wohin die Reise fühlen soll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe... Ich verstehe, Foto Musik. Ihr Knie auf位置end? man ist hier so lange und dann hier oder wie und dann kann ich die triggern das ist okay das geht ich habe trotzdem schnell noch das ach das war das fotoshooting daran kann ich mich erinnern ok also ich übertrete den fluss auch erst wenn ich da bin okay that's what I want to be my thing if I have to take another picture a grumpy house for our pompous middle-class burger I will feed myself to the Lions stand here here just there Albert Mason Arthur Morgan pleasure I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall the trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch oh good heavens my bag that thing is wrong it's oh good heavens don't worry that thing is a cow sneaky one too wild life what is that then ah oh 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 hat er gedroppt er war nämlich noch viel schneller unter der tasche game over ja wo viel so einen abend schönen freitag Es ist ja geil, wenn ich jetzt gestorben wäre. Das sieht immer so aus, als würde ich erfallen. Ohne Witz. Das sieht nicht aus, als... ...als würde ich hier stehen bleiben. Der Koyote war so ein bisschen wie so ein Elster. Ich bin derjenige, der versucht mich zu essen. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Fuss bin. Entschuldigung. Und danke Ihnen immer wieder einmal. Okay, wunderbar, schnell erledigt ein bisschen. Alter, der Fotopomber. Okay, ich versuche jetzt mal deine Strat. Also ungefähr reite ich bis hier oder hier so, bis zu diesem Zipfel und dann trete ich über. Oh, 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 oh. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Okay. Okay, ich bin dran. Okay, ich bin dran. Okay, ich bin dran. Okay, ich bin dran. Okay, jetzt Lotsch, ich bin dran. Let's pretend ich ihm ganz gut. Okay, ich bin dran. verschwindet verschwinde von meiner wiese verschwindet verschwindet weg 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 es passiert Ja, get out of my lawn Is it a heal? I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a flat crown here. Well, good luck to you. Der Mr. Dreckig. Wir sind im Kapp. Mach mal schnell sauber. Geht das nicht? Wasch? Geht nicht. Vielleicht den streicheln. So, er will da irgendwie dran, aber es geht nicht. Ja, äh, ist egal. Ist nicht so schlimm. Die wollen sowieso eine Mischung machen. Jetzt gucken. Schleichen nicht. Ja, hier komme ich jetzt nicht so weit hoch, aber ich bin richtig, ne? Ist auch nicht mehr, ach so, gar nicht so weit. Dann greiten wir jetzt erst hier noch so weit und dann versuchen wir von da heranzukommen. Oh, oh. Ist das Patrouillen hier? Wir können hier hoch. Ist egal. Lass sie ja ruhig paddeln. nicht so weit weg, aber ich biete raus und schüsse nicht so weit. Sie sehen. Ah ha! Ah ha. Da sind sie ja ruhig. Wie viele. Wie viele? Ein paar Jahre. Ich habe keine Fafah. Sie sehen, Sean. Hä? Ich habe keine Wafah. No, I don't think so. No. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. I am. Hey. Hey. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been into Blackwater, see how things lie? Places crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's going to remain for now. Why haven't they hang Sean, I wonder? I think he's bait. Whether you want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana. Been to a federal prison out west. Damn. We can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Scalding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess, we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go sing. Babe? You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost. Good and proper. It's a big country. I hope so. Oh, gesattelt. Find the boat. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river, West Elizabeth, isn't a very welcoming place, right, Hannover? It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I think we should keep a little distance from the water. Don't you? So. Ich dachte, das wäre halt der Weg, um rüber zu kommen. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Oh, look for this mission scope. And no money, yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Dutch and Jose say they do, but it's trapped in the town. You know, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Careful! It must be wonderful to have such trust in one's parents. Mine would have sold me for a hog's head veil. In fact, I think they tried. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I miss, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Ah, we could auch schneller reiten. Stay with them. You all right, Javier? Quiet. He hasn't stopped talking since we loved you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Oh, yeah. Cinematic view. Check me, richtig? Muss ich denn schneller reiten? Weil das Boot schon so weit vorne ist. Oops. Look, they've stopped. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing. Hey, mein binocular ist bereit. Shit. I don't know these bounty hunters. I don't know too much about Ike Skeldin's boys. But I hear they're a big crew. Wild. Built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yeah. That's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Wow. You can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking them up the canyon. They're taking you up to Isengard. They're taking you up to Isengard. Oh, oh. Ah, das ist mein Kumpel. Ich dachte, ich will jetzt Sniper. Kennt jemand noch den Film Assassin with Sylvester Stallone? Und Antonio Banderas? Wenn der Sniper quasi dann in einem Turm sitzt und der immer will, dass der quasi hochguckt, bevor er ihn tötet? Ein Klassiker. Ich glaub, der heißt Assassin oder so, der Film. Ich hab jetzt gerne einen Jungen mal gern geguckt. Okay, und jetzt? Oh, shit. Let's do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay? Get your knife ready. Keep your head down. Get your knife ready? Okay. What's that? Let's get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Oh, oh. Come on, let's get up there. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on, we've got two halfway up the canyon to deal with. Okay. Machen wir die jetzt auch wieder mit dem Messer? Oh, they're very nice. Who's the guy you got them from? Is he alive still? I see some, right? Come on, focus. Focus. Focus, okay? Focus, okay. Oh, in die Kronjuwelen. Oh, ho, ho. Eieieieiei, das war unethisch. Jetzt gebe ich zu. Ich sehe Charles up there. Ich sehe Charles up there. Oh, was sagen. Wenn er den jetzt getötet hätte, fände ich das ein bisschen blöd. Let's go. Wir befreien ihn. Two more, look out. Faster. You're going to go to the fair. Shoot him to go. Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Charles, you take the right. I'll go left. Okay. Goddamn army. How much is Charles' bounty? Das wäre ein Explosionsfässer. Das wäre ein Explosionsfässer. Damn good. ja ich kann erst alles oder ich meine es ist alles gut so ist safe oder nicht es wird der hand auch nicht anders gemacht bevor man mit anbieter weit tut man erst die anderen du bist du nicht? es ist klar dass die Taki-Burby? nur so tent ost im land dann können wir uns jetzt hier Ja You know nothing means more to me than this gang bond we share it's the most real thing to me I would kill for it. I would happily die for it in spite of all that I would have easily left you here to ride if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of data Get him out of here You're a great man out of the Morgan the kind of young whippersnapper can really admire Right we should split up Javier will you escort mr. McGuire back to camp Charles best you ride separately Be careful. There's patrols everywhere What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there soon as I can. All right Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait I imagine y'all miss me Ella, but fair now the Jai is back in your lives now So, jetzt hoffe ich, dass wir für die nächste session Ja, das war ja moin Die nächste session Dann Neue missions haben Jo, hier ist die mission sehr gut Ja, das ist ja quasi vom camp aus Don needs to speak to you Ja, und von da aus kommt wahrscheinlich auch wieder neue missions Und dann können wir irgendwann die bounty bezahlen Ja wunderbar, das ist super Gut, dass wir die mission geklärt haben jetzt Dann kann ich weitermachen, ohne die ganze Zeit ein strawberry sein zu müssen Ich gehe noch einmal kurz auf den Sniper-Turm Oder den Wasserturm Oder den Wasserturm Oder den Wasserturm Wenn du jetzt zu lang abhängigst, komm, Kopf rein Okay, gut, dann hauen wir ab Da sind sie auch schon Du hast völlig recht Da sind sie auch schon Du hast völlig recht Komm mal hier weg Wenn's gut Okay, Phil Oh, oh Ja No 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 Wir werden jetzt quasi mittendrin gewesen, in der Vorfolgsjagd. War das extra mit dem Zug? Nein, oder? Steht der Zug da immer, damit du quasi eine Barriere noch hast? Wenn du mit der Mission da fertig bist, oder war das ein Zufall? Ich kann mir sogar beides vorstellen. Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, aber wir gehen direkt zum Camp. Das machen wir mal ein andermal. Ich kann mir tatsächlich beides vorstellen. Entweder das war doper Zufall, aber warum sollt ihr den Zug einfach halten? Ich glaube, das liegt deswegen der Mission, richtig? Aber andererseits werden die Mission schon erledigt. Das gehört ja nicht mehr dazu. Egal Zufall. Er ist komplett über. Er ist komplett über. Er ist komplett über. Ja, das ist ein Zug. Ja, wir hätten die Mischi von Anfang an machen können einfach, ich wusste das alles nicht. Ich dachte, wir müssen erst das Geld sammeln und so, dann ist das natürlich alles schief gegangen. Wir haben jetzt in dieser Session leider nicht viel geschafft, also wenn man das jetzt so technisch sieht, praktisch, haben wir tatsächlich nur eine Mission geschafft, aber ich habe viel erkundet, wir hatten viel Spaß. Wir haben viele Nebenmissions gemacht, wir haben den ganzen Nordflügel heute erkundet, wo mir ist aufgefallen, dass im Endeffekt der Nordflügel das Intro darstellt. Das ist alles Intro-Gebiet, das sind alles Lokalitäten hier, wo man am Anfang ist in dem Spiel. Das war mir irgendwie nicht bewusst. Offenbar haben wir das geklärt hier. Und dann sind wir quasi komplett runter, haben dann noch ein paar Kopfgeld-Geschichten gemacht und haben jetzt endlich die Mission in Blackwater erledigt. Jetzt neue Missions. Die Bounty ist immer noch nicht bezahlt, ähm, darum kümmere ich mich. Aber es geht zumindest jetzt weiter. Sehr, sehr gut. Wir sind im Camp. Zack. Save-Game geht nicht? Why? Warum kann ich nicht speichern? Auch nicht, wenn ich im Camp bin? Warum? Ich habe doch nicht die nächste Mission schon getriggert, oder? Doch, scheinbar. Kann das sein, dass ich das habe? Kann ich jetzt nicht mehr speichern? What the fuck, was ist das? Okay, dann gehen wir mal kurz da hin und gucken, was abgeht. Und dann sind wir auch nicht. Uncle Sean ist zurück. Und dann kannst du auch keine Angst, Miss Grimshaw, ihr grum. Ich werde sie in linee halten. Wenn ich sie in linee meinem muss, ich sie ausfüßen. Und dann kannst du auch ein bisschen auf die Hände zu. Und dann kannst du auch nicht mehr interessieren, du dronk, scht-Bag. Es wird nichts, aber die beste Waffe. Das ist nicht nur die beste Waffe. Und jetzt, Deadly Maguire ist zurück. Arter, oh Arter. Du siehst in guter Mood. Ich bin, son. Ich bin. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. We havin' a party? Maybe. Just a little one. Grey? Mr. Maguire is there! Mr. Maguire is there! Come on! Let's have a party. Uh oh, here comes trouble. I just can't get rid of you, can I? Hey there. For other activities for a while. Das ist ja kein Problem. Aber ich kann speichern, richtig? Oh man. Okay, es wird hier kräftig gefeiert. Man kann jetzt, glaube ich, irgendwie... Was ist any song? Aw. Well, die allen trinken, kann das sein? Aber, das will ich tatsächlich beim nächsten Mal beginnen. Das Start Singing Weil ich weiß nicht, wie das quasi übergeht Ob danach noch irgendwie quasi die Mission noch lange ist Oder irgendwie, dass das Chaos ausbricht Oder vielleicht das Camp überfallen wird Wer weiß Also ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert So weit habe ich noch nicht gespielt Deswegen will ich jetzt nicht irgendwie Das zu lange Story jetzt triggern Weil ich glaube, es gibt bestimmt irgendwie Ein böses Erwachen, richtig? Von daher Wir probieren das aus Mal gucken, ob wir morgen die Mission noch mal machen Danke für's Zuschauen Und einen guten Abend Wir wagen bis zum nächsten Mal Bye-bye Bye-bye Bye-bye